Hi, willkommen auf meinem Kanal. Wir sind vergeben und wollen daran nichts ändern. Meistens. Wir haben Kinder und genießen sie. Meistens. Wir sind 30 und fühlen uns gut. Nicht mehr so jung, aber trotzdem besser als mit 20. Meistens. Wir haben noch ein paar Jahre vor uns und die sollen nicht aus Scheuklappen und Langeweile bestehen. Ich bin Charlotte. Ich bin glücklich verheiratet, ich bin über 30 und ich habe Kinder. Ich bin gerne Mutter, aber ich finde das nicht immer einfach. Alle Jobs, die ich bisher gemacht habe, habe ich gut gemacht. Interessiert nur gerade niemanden, weil ich nicht Vollzeit arbeiten will. Ich liebe meinen Mann, aber es gibt auch andere attraktive Männer. Ich verbringe Rennzeit mit meinen Freundinnen. Ohne Kinder. Urlaub. Hey, Ladies, wir brauchen keine Flirt-Tipps. Wir wissen, wie man läst und welche Beauty-Produkte zu uns passen. Aber wie man Partnerschaft, Kinder, Job und sich selbst unter einen Hut bringt, daran kann man schon mal verzweifeln. Ich will meinen, unseren Alltag mit Humor betrachten und über das sprechen, was uns bewegt. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und euer Abo. Danke, ciao.